ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge wahlheim so ich stehe jetzt immer noch genau an derselben stelle wo wir zuletzt gewesen sind der limitierende faktor hier scheint jetzt wirklich diese picke zu sein diese elchtiergeweih schaufel kopf picke geht hier zu schnell kaputt die hat hier nicht die ausdauer dass ich ordentlich saft raushole der blubbernebel des grauens so das gift verpflichtet sich hoffentlich gleich die marmelade geht mir aus hier noch mehr ist ist da doch wir nein wie viel haben wir jetzt wieder an eisen sieben ja das ist aber also eine schwere geburt würde ich sagen keine ahnung wie groß die krypto noch ist wie viel als eingang haben wir schon mehr oder weniger komplett durch ist nichts das heißt es geht gerade aus weiter und wir werden viel eisen benötigen das das ist jetzt hier auch nur eine freche wand oder oder wie sehe ich das da geht es auch gar nicht weiter durch aber dahinter geht es durch kann man nicht ran ok bevor ich das ding hier komplett zerschlage und zerstöre und nichts bekomme spiele ich doch weiter wie so kleine schweinchen gerne im matsch aber da 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 ja hier limitieren der faktor da 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 Und die Wand hatten wir weggemacht und dann haben wir da angefangen. Okay. Da ist auch nichts, gell? Nö. Ach, Juhu. Das mit der Hin- und Her-Rennerei hier. Zum Reparieren. Denn der Vorteil ist ja wirklich, dass ich sie gut reparieren kann, ohne... ...separate Schmelze dafür zu brauchen. Oh. So. Der Nachteil ist halt wirklich, dass das Ding... Ich glaube, sie ist auch nicht wirklich aufgewertet. Da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Was so das Durchhaltevermögen von dem Teil angeht. Ähm... Die schaut nicht aus... Naja, Level 1. Ähm... Die schaut nicht aufgewertet aus. Wobei ich auch nicht sicher bin, ob man sie überhaupt aufwerten kann. Großartig. Da können wir jetzt aber gar nicht so viel in die Kiste reintun. Sehe ich das richtig von dem, was wir jetzt dazu bekommen haben? Auch blöd. Okay, die kommen da hinten rum. 18. Das ist halt... Das ist halt noch nichts. So, ich ignoriere euch jetzt einfach mal. Ich will... Ach... War da Blobby? Nee, dies Ding. Danke. Die wären eigentlich gut, wichtig und sinnvoll. Aber ich habe gar nicht den Platz jetzt hier großartig noch Disteln zu tragen. Die waren hier stehen geblieben. Und haben uns hier einen gelben Pilz freigeschaufelt noch hier. Da, der letzte Schlag hat nochmal ein bisschen Eisen gegeben. Ja, ich höre hier auch noch viel Gegrunze. Also Clear haben wir den dann schon hier definitiv noch nicht. Die Frage ist halt nur, wie weit ich hier mit dieser Hin- und Her-Rennerei komme. Fürs nächste Mal brauchen wir da definitiv eine andere Lösung. Mit etwas mehr Haltbarkeit. Das haben wir hier vorne noch, da ist auch noch ein bisschen... Okay. Ja, also ist der wieder? Springt hier wieder so ein Schleimding durch die Gegend? Ähm... Nein, hier scheint ruhig zu sein. Wie giftig das Wasser ausschaut. Allein durch die Umgebung. Ich finde es halt richtig klasse. Sorry. Leider geil. Sieh mal einer, guck 11. Auf... Oh, wir sind das erste Mal übergeladen. Ähm... Das und das hier reinpacken. Und die Knochen und das hilft alles nichts. So. Dann müssen wir jetzt tatsächlich... zum Schiffchen um Sachen zu entleeren. Das finde ich gut. Das wäre ja so der eigentliche Plan gewesen. Wir rennen hin, reparieren kurz unsere Pickel, laden den Krempel, den wir sowieso nicht mehr schleppen können. Und dann eben entsprechend... Aufs Brötli... Au, 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 au... Ihr dummen Scheißviecher hier. Ja, und da kommt der Herr Berserker Troll. So. Ich weiß, man sieht nicht... nicht viel, weil dunkel und schwimmen. Und ihr seht hier mehr oder weniger jetzt... Aber mit 300 Kilo Gewicht in den Taschen noch so zu schwimmen, äh... Gott-like. So. So. Jetzt haben wir zumindest schon mal über 30, 30, äh... Eisen drin. Ich denke mal, damit werden wir dann am Ende des Tages vielleicht auch ein bisschen was anfangen können. Die schmeißen wir mal ganz weg. Dann haben wir noch Knochen, die wir da reinpacken können. Ich glaube, die haben wir sowieso schon angefangen hier einzulagern. Ja. Okay. Ja. 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 Der Tag ist gerade angebrochen und es schaut schon wieder stockduster aus. Ihr seht diese bewegenden Flammendinger-Typis da in der Ferne. Ich will mich nicht mit denen anlegen, wenn ich keinen Respawnpunkt in der Nähe habe. Weil die kann ich jetzt auf die Entfernung überhaupt nicht einschätzen, was die hier so drauf haben. Aber eins ist klar, es sind mehrere. Die haben wir gerade den Weg freigeschaufelt. Alles gut und alles richtig. So, das hier wird eine Wand. Und das hier wird dann schon wieder ein Durchgangsfall. Einen aus der Wand bekommen. Man kann es vorher auch nicht sagen, wie weit sich dieses Schlamm abtragen wäre. Während hier der große Schatz ist auf jeden Fall definitiv ein Kistengründer. Puh, das geht aber ganz schön auf die Muskelkraft. Da fühlt sich hier auf jeden Fall mehr Knochen als Eisen raus. Da könnte aber einfach daran liegen, dass ich vielleicht die Knochen nur häufiger mitkriege. Da war glaube ich auch wieder Schrott dabei. Da waren jetzt zwei Knochen hintereinander, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da kam wieder ein bisschen Eisen. Nochmal Eisenpapier. Ja, randaliert er hinten mal nicht rum. So, ich brauche mal kurz Ausdauer. Warte mal kurz. Spuck du da ruhig weiter Gift und Galle. Ist mir egal. Ja, wenn du nicht mitspielen willst, mein Freund, dann halt nicht. Lüßchen, die haben mir hier eine Kiste kaputtgekloppt, die Pelle. Die haben mir hier eine Kiste kaputtgekloppt, die Pelle. Ähm, ja, ähm, na gut, behalten wir den Rest mal auf Tisch. Es zieht sich halt auch ein bisschen so den Dungeon zu kieren, das ist, äh, nicht unbedingt das kleinste Loch, in dem ich hier so unterwegs war, aber, äh, ob er riesig ist, das, äh, werden wir erst mit der Zeit ziehen, äh, wir glauben, dass der kein Eisen drin hat, ne? Wobei, wir haben es eigentlich relativ gut gesaved, da hätte wirklich Eisen drin sein dürfen. Wir hatten die Picke aber schon repariert gehabt, oder? Was bist du? Trauger Trophäe. Und kaputt. Gut, ähm, ich würde sagen, in diese Krypta gehe ich nochmal rein und mache sie dann irgendwann einmal fertig. Fertig, aber jetzt fahren wir erst mal zurück. Mit dem, was wir haben. Äh, gut. Also hier ist ja definitiv noch mehr zum Rausholen. Aber diese ganze Hin- und Her-Rennerei, die macht wahrscheinlich nicht nur mich kirre. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier summa summarum über 30 Eisenherz. Damit kann man dann schon mal vielleicht ein bisschen was anfangen. Und wenn es nur ist, dass wir den eiserne Nasenbohrer bauen. So, und merke für's nächste Mal die direkt hier an der Werkbank anlegen und gar nicht erst versuchen, da hinten nicht in den Sumpf hinzukommen. Dann den Trauger Gedärmskrams will ich noch mit dabei haben. Das und das muss jetzt nicht unbedingt mit. Äh, die nehmen wir mit, weil wir Platz haben. Ich gehe erst rüber und lade das Eisenherzschiff. Hier 50 Eisenherz. Jetzt ist natürlich die Frage, was kommt bei rum, wenn wir es verarbeitet haben. So. So. Ich denke mal, das werden wir dann feststellen, wenn wir das erste Eisen verarbeitet haben. Einfach mal gucken, was da so geht. Ihr habt jetzt so ein bisschen Krypto-Spaß gesehen, äh, mit dem Blobs. Und wenn man, wenn man den, den Zeugs nicht ganz entfernt, kommen die Viecher nicht durch die Tür durch. Also die KI-Gegner. Auch die Blobs nicht. Der steht halt dann vorne und sprayt so ein bisschen, dann kann man ihn mit dem Bogen eigentlich wegholzen. Das geht auch mit den Holzpfeilen, also mit den Billofpfeilen. Da brauchen wir jetzt keine hyper krass mega Patriot-Pfeile oder sonstiges. Ähm, das, die Krypta selber ist gar nicht so schlimm. Der Sumpf drumrum kann schlimmer sein. Das, ähm, da habt ihr jetzt auch noch nicht mit alles gesehen. Und wie gesagt, an diese Leuchteviecher, da habe ich mich ja gar nicht erst dran getraut. Äh, dafür ist mir dann auch mein Stuff irgendwo ein bisschen, ein Stück weit zu schade. Etwas riskieren wollen würde. Wir haben Wind von, äh, schräg hinten. Jetzt gibt mal, gibt mal Stoff hier. Ja, äh, was gibt es sonst noch zu sagen? Also, wie gesagt, die Krypta selber ist halt wieder Farmarbeit. Ist gut gemacht, kann man nicht meckern. Ähm, dadurch, dass man eben Eisen auch in den, äh, diesen Eisenschrott auch in den Kisten drin findet, ist auch die Ausbeute ganz gut. Wenn es jetzt nur aus diesem Klubberglibber wäre, dann bräuchte man schon sehr viele Kryptataten. Ähm, da ist die Ausbeute dadurch etwas mager. Bloß mit der nicht aufgewerteten Elchtürgeweih, ähm, oder wie sagt ein anderer YouTuber, Eichentür, Eichentürgeweih, äh, Pickaxe. Braucht man, glaub ich, nicht wirklich anfangen, weil die hat die Ausdauer nicht. Also, da sollte man dann eine, äh, gut aufgewertete Bronze-Picke, ähm, mithaben. Ich weiß nicht, wie lange die, äh, die Elchtier, äh, Picke hält, wenn man die vollständig aufwertet. Ich hab das ja auch nicht getan. Oder man zieht eben den ersten Geknökel raus und, äh, mit dem Zeug, so wie ich das jetzt mache, und guck danach, ob man da vielleicht nicht sogar Eisenwerkzeug schon kriegt, was man dann gegebenenfalls aufwerten kann. Das ist eine theoretische Option, die ich noch nicht bestätigen kann, weil ich habe noch kein Eisen. Und selbst wenn ich dann Eisen habe, dann muss ich auch erstmal anfangen, Prioritäten zu setzen. Ich laufe hier immer noch mit einer Lederhose und, äh, dem Irschfellumhang und so ein bisschen, äh, Trollbrust und Trollmütze rum. Das heißt, mein Rüstungsequipment möchte eigentlich zwingend ausgetauscht werden. Da kommt jetzt natürlich alles auf die Kosten und auf die Prioritäten drauf an, die man setzt. Das mit den Schwertern gegen die Mobs zu kämpfen, wo man in den Nahkampf geht, und mit dem Bogen, jetzt auch mit Holzpfeilen, äh, gegen die Range und, äh, das, was man nicht so unbedingt an sich ranlassen möchte kämpfen. Das finde ich geht eigentlich. Weil immer alle schreien hier Streitkolben, Streitkolben, Streitkolben. Mag sein, dass er besser ist. Will ich gar nicht bestreiten, wegen Blunt Damage gegen, äh, Skelette. Rein auch, äh, Fantasy-Rollplay-technisch. Und auch sinnvollerweise, weil was willst du am großen Knochen noch, äh, zerschneiden. Der ist dann eher empfindlich gegen Brechen und Zerschmettern. Ist das durchaus nachvollziehbar. Aber ich bin jetzt mit dem Schwert recht gut zurechtgekommen. Also, das Schwert war nicht mein Problem. Drüben voll das Inselarchipel. Lauter so kleine Hübelchen, die da, die da raus tragen. Allerdings, nicht diese Schildkröteninsel, die man, die man für Kittin braucht, meine ich. Sondern ganz reguläre Landmasse, also nicht schwimmende. Also, zumindest von hier aus schaut das so aus. So müsste man hinfahren. Naja. Gut. Also, ich glaub mal, äh, Resümee hab ich gegeben. Ähm. Und ich werd dann Eisen fahren und wir sehen uns definitiv in der Base wieder. Ach, da kommt wieder hier. Ja, ja. Du mich auch, mein Freund. Stere kineticnych und Increach dumpf ich auf dem Weg getrunken. Ne? Ja. Du haust da sowieso wieder ab, bevor es kritisch wird, oder? Wie jetzt, das war es schon wieder, startet sie schon wieder voll, okay, in diesem Sinne, ich hoffe die Folge hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, bis dahin, macht es gut und tschüss. Vielen Dank.